Die Motten auch mal beim Training, weil das stinkt. Nein, das ist echt ein Problem. Also Leute, eure T-Shirts nach jedem Training auch mal wechseln. Weil ich kenne manche Studios, da haut es einen rückwärts wieder zur Tür raus. Bisschen Deo während dem Training benutzen und auch mal das T-Shirt wechseln. Weil ein bester Body bringt nichts, wenn er nur stinkt. Und dann klappt es auch mit den Ladies besser. Vielen Dank.